So Leute, wir gucken mal, wie meine Hautschäle sich grad übelst. Ich weiß auch nicht wieso. Äh, ich hätte noch den Sonnenbrand wahrscheinlich wegen dem, dass ich jetzt die östliche Haut bevor das geht. Am Gesicht übrigens auch, deswegen gehe ich es aber nicht. Äh, ja, ähm, keine Ahnung. Die sieht ein bisschen eklig aus. Kann man doch wegzupfen. Keine Ahnung, gut da. Bäh! 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 Da fliegt schon der Haut weg. Bäh! Naja, egal. Ja, war es eigentlich auch schon wieder. Richtig geil. Wetter heiß. Ja. 1. Mai. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020